Mein Vater hat viele unterschiedliche Seiten, manche sind bekannt, andere nicht so. Man spricht viel über seine Kämpfe, aber auch darüber, dass er gut zu Menschen ist. Und ich kann mich genau erinnern, wann ich mich verliebte. Ich muss weinen. Was willst du machen, wenn du groß bist? Er war immer schon vorausschauend und ahnte, wie wichtig gewisse Dinge einmal werden. Die Macht, die dieser Mann hatte, war unglaublich. Ali nahm den Kleiden in den Arm und sagte, erinnerst du dich? Ich habe dir gesagt, du besiegst den Krebs und ich George Foreman und genau so soll es sein. Der Junge sagte, nein, ich werde Gott treffen und ihm erzählen, dass ich dich kenne. George Foreman, how are you doing? Wie flüsterte er mir ins Ohr. Hello, you got joy! Und das war wirklich alles. That was about all I hear. Er sagte zu mir, du sollst nicht wie ich werden, du sollst besser werden. Aber wie kann man besser als der Größte sein? Das Wort großartig reicht dafür nicht aus. Da müsste ein neuer Begriff erfunden werden. Wer kennt nicht Muhammad Ali? Die Menschen spürten bei ihm diese aufrichtige Liebe, die er ausstrahlte. Sie konnten sie fühlen. You look beautiful! Meine Mutter, als sie ihn zur Begrüßung umarmte, musste sie weinen und verließ den Raum. Wenn ich in seine Augen schaue, sehe ich Gott. Gott, was er sagt, eine